Liebe Freunde von GuteLauneTV, wir, die jungen Zielautaler, laden euch recht herzlich ein auf eine musikalische Reise mitten durch unsere Tiroler Berge. Und wir haben uns dazu tolle Gäste eingeladen, wie zum Beispiel Andreas Gavalli, Boxclub, die Kastelrotterspatzen, die Nokis, Tina und viele weitere mehr. Also seid dabei, schaltet ein, denn es wird eine tolle Sendung. Deshalb, wir wünschen euch viel Spaß, eure jungen Zielautaler.